Ich bin der Präsident, in meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle da, tra la 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 la. Ich freue mich, dass ich auf diesem Richtfessen bin und der Himmel ist so blau. Ich grüße alle Herzpatienten in Vertretung meiner Frau. Ja, sind denn keine Afrikaner da? Meine Damen und Herren, liebe Neger. Wo ist denn heute in Dumbaba? Das ist ein toller Kollege. Ich muss doch jetzt hier diese Fähre taufen. Wo ist denn hier die Fähre? Ich bin der Schirmherr dieses Krözentunnels. Es ist mir eine Ehre. Jetzt kommt ein Grußwort für Hartz-IV-Empferra. Die Schicksal tut mich auch persönlich. Sie halten sich für überflüssig. Es geht mir da ganz ähnlich. Und dann schau ich runter auf unser friedliches Land. Und dann freu ich mich so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich bin der Präsident. Ich bin euer Kapitän. Ich sage allen Herzpatienten, es muss ein Lug durch alle gehen. Ich bin der Präsident. Ich mische mich auch ein. Ihr seid alles faules Sächer. Ihr solltet fleißiger sein. Ich muss doch jetzt hier noch die schnuckeligere Fähre taufen. Das geht schneller als man denkt. Ich darf die Krasche auf die Fähre. Und das Ding ist was end. Ich bin der Präsident. Ich bin der bälderne Reiter. Ich tauche alle Fähre in dieser Welt. Ich tauche immer weiter. Und dann schaue ich runter und denke, gutes Getreide. Und dann freu ich mich so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich freu mich ja so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich bin der Präsident. Das war ein Tag in meinem Leben. Ich bin extrem erscharf. Ich habe alles gegeben. Ich mache jetzt Bubu. Vor Gott sind alle gleich. Ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Und ich schlafe ich für euch. Ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Markus, bemühe dich nicht, ich habe alles hier drin. Langhans, einmal Langhans, hübsch persönlich, am Apparat. Ah, die Dame von Arte. Nun zu Ihrer ersten Frage, Herr Langhans, gehen Sie einer geregelten Arbeit nach? Ja, aber natürlich gehe ich einer geregelten Arbeit nach, ich arbeite an mir selbst. Nächste Frage, Herr Langhans, führen Sie ein Ejakulationstagebuch? Aber natürlich führe ich ein Ejakulationstagebuch. Warum? In eigener Sache. Den kennt auch keiner mehr, oder? Ja, hier vielleicht so ein paar älterer, aber wir haben ja extra mal junge Leute gefragt, so 6- bis 12-Jährige, Rainer Langhans, den kannte da keiner. Wer ich dachte, wer ich dachte. Das ist doch schlimm, wenn man vergessen wird, Martin, oder? Und dann wissen wir nichts mehr, das ist doch tragisch, oder? Nee, gar nicht. Das Schlimmste, was ich in dem Zusammenhang gehört habe, ich habe meinem Nachbarn gesagt, Herr Nachbar, Marcel Masseau ist gestorben. Und dann hat er gesagt, ach, der lebt ja noch. Das ist der Mensch. So möchte ich nicht alt werden, ne? Aber ich sage, wir sind ja auch nicht mehr die Jungs hier. Und ich höre ich dich da immer an, weißt du? Ich muss das kurz erzählen, ich war neulich U-Bahn fahren im Wedding, weil Wedding ist ein Stadtteil in Berlin. Das ist der Stadtteil, wo die Türken wegziehen, weil sie Angst vor den Albanern haben. Und da war ich U-Bahn fahren, da war ich U-Bahn fahren, ne? Und die U-Bahn war irgendwie total voll, es war pickepacke voll, es war kein Platz mehr. Ich komme da rein, da sitzt da so ein 15-jähriger Türken-Schnösel, so ein Osmanen-Bengel sitzt da auf seinem Platz und ist nicht aufgestanden, als ich reingehaut bin. Und er hat mir keinen Platz angeboten. Und ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ich so jung war wie du, da war ich noch S-Bahn-Surfer, das kennst du gar nicht mehr, ne? Da ist die Tür nicht mehr aufgehend während der Fahrt, das weißt du, was weißt du, die wissen auch nichts mehr, die jungen Leute heute, oder? Ich stelle jetzt immer so Wissensfragen, ne? Da sind die immer so, zack, 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 Helmut Schmidt. Und er so, äh, 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 äh. Und ich sage, ich kannte den nicht. Und ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, Helmut Schmidt ist doch berühmt. Der ist doch so berühmt, wenn der Helmut Schmidt den Zeppelin erfunden hätte. Dann hieß der Zeppelin heute, Schmidt, das wusste ich nicht. Guck mal, da fliegt ein Schmidt. Also da jetzt nicht klar, aber, ne? Ja, was war denn 1938 in Lakehurst? Deutscher Schmidt abgestürzt. Das Ende der Schmitz, er wusste es nicht. Und dann habe ich ihn lange angeschaut, das meine ich immer bei den jungen Leuten, da habe ich ihm Folgendes gesagt. Ich habe noch Briefe mit dem Füller geschrieben und mit Münzern telefoniert. Hat es mir geschadet. Hat es mir geschadet. Nacht. Und dann bin ich prosecution. Hätt jetztTime. Nein!